Hi, stell dich doch mal kurz vor, bitte. Ja, hallo, ich bin Felix Metzger von Berlin Cuisine. Wir sind heute Abend hier bei der Berlin Food Week eingeladen, um unseren Style zu präsentieren, unser Essen, das, was wir besonders gerne essen, was wir der Stadt zeigen möchten. Wir haben mitgebracht unser Lieblingsgericht, der Max und ich war eine Weile in Thailand oder in Asien unterwegs sind viel gereist, haben tolle Sachen mitgebracht und wir haben einen thailändischen Kräutersalat mitgebracht mit einer Kokos-Vinigrette und das Ganze erwähnen wir auf einem gebeizten oder so einem Ceviche-gebeizten Lachs, also mit Zitrone und Sesamöl mariniertem Lachs und einer Kaffee-Limetten-Emulsion. Also das ist so ein ganz, im Grunde von den Aromen her, ein sehr typisch thailändischer Geschmack. Süß, sauer, salzig, scharf, also sehr viel Geschmack im Mund und dann eben verschiedene schöne Texturen durch frischen Koriander, frische Minze, frisches Zitronengras, Gurke, Melone, Pomelo, bringt alles so ein bisschen Quatschung rein und da drunter als Basis eben so ein schönes Stück Fisch, was kalt saliert wird. Also richtig was für ein Mund. Lecker!